Und wollen natürlich auch schauen, dass wenigstens einer durchkommt für die Zukunft, aber es ist wirklich noch ein hartes Stück Arbeit. Jim Denny aus den USA, ich weiß nicht, ob man schon sagen kann, das könnte einer werden, aber auch Kari Iantia hat ja nun nicht die Qual der Wahl, sondern muss mit dem Vorlieb nehmen, was da ist, die US-Amerikaner in Hinterzarten ohne eine Mannschaft. Clint Jones ist natürlich jetzt die Aushänge schuld und 108 Meter Jim Denny, ja, ja, doch, das kann sich schon sehen lassen. Also in den Ansätzen zumindest ist er schon wirklich sehr weit, ist auch das erste Mal, dass er international mit dabei ist. Und man hat es schon gesehen, saure Technik eigentlich vom Schanzentisch, was noch fehlt, ist die Überzeugung in diesem Feld und auch noch ein bisschen die Dynamik.